Hallo und herzlich willkommen zur Mehl Musik Challenge. Hallo. Wir werden heute Musik hören und dabei Mehl essen. Und der andere muss dann erraten welches Lied man anhört. Weil der, der Mehl isst, muss es nämlich singen, während er Mehl im Mund hat. Der, der Mehl isst, während der Mehl im Mund hat. Okay. Du fangst an, oder? Okay, ich fang an. Die Rutschen runter. Oh je, ich bin gespannt. Du darfst. Zu viel? Ja. So'n Löffel. Weil dein Haxen weg, der wird gleich weggehen. So. So. Nicht einatmen, nur ausatmen. Warte. Warte. Komm gleich. Brück mich hoch! Brück mich hoch! Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas mit Bück. Dich hoch von Deich Kind. Vielleicht. Richtig. Ich kann das nicht. Das macht nur ein bisschen Sauerei. So. Fast gar nicht. Das Problem ist nämlich, dass das im Mund sich mit dem Speichel verbindet und fest wird. Ja. Dann... Ich bin gespannt, wie du das machst. Wahrscheinlich nicht besser. Mein Koks! Was? Ja, dann... Oh. Hey, einmal im Gras reiben, dann ist es wieder sauber. Wie hat man das eigentlich? Keine Ahnung, hast du meins gehört? Ja. Hast du meins gehört, oder? Nein, hast du meins gehört? Nein. Ich möchte es nie wieder tun. Das hast du ja noch nie gesagt, was? Das ist aus. Ich weiß zwar, dass du das nicht kennst, aber ich kenn das Lied nicht. Ja, dann... Das singst du das Lied, aber keiner auch noch so für ein Lied ist. Das darf man ja eigentlich gar nicht sagen. Bloodhound Gang. Ballad of Tracy Lane. Wieso bist du nicht so gestorben wie ich? Ich weiß es nicht. Runde 2. Runde 2. Warte mal. Das ist dreifach gespalten. Runde 2. Runde 2. Runde 2. Runde 2. Runde 2. Runde 3. Runde 3. Runde Crisp. Runde 5. Ich hab Angst... Leb jung. Jeff, motherfuck, jump! Ja? Ich hab einmal statt, oder glaube ich öfter, statt Jump und Motherfucker ist so ein bisschen verwechselt. Irgendwas mit Funk am Schluss ist mal aufgefallen. Irgendwas mit Funk. Ich hab ja eine Nachricht bekommen. Es liegt hier überall so was ähnliches rum wie Brotteig. Das war mein Song. Okay. Schoffeln nehmen wir. Ja, ich seh's doch nicht schön. Irgendwas teilt. Gelächter. Untertitelung des ZDF, 2020 down sunset lighting up a pad one you should get it right left boys get it right so das war unsere musik mail challenge vielen dank fürs zuschauen wenn man es wieder schön blamiert ja und viel spaß beim nachmachen nicht